Super Stardust Ultra. Schön, dass es immer noch so ein Heiss-Core-Shooter gibt, oder? Im Weltraum. Ja, ankerum. Ich habe das jetzt langsam ein wenig überall gespielt. Auf der PS3, auf der Vita. Aber hey, nicht jeder hatte diese. Jetzt kann man es auf der PS4 zocken. Genau, und es ist wirklich voll Partikel-Effekt. Alles drum und dran. Wie es aussieht, ist es knallig, bunt und es hat wirklich sehr viel Spieltiefe. Was natürlich klar ist, ewig lang haben wir nicht dran. Nein, aber es ist ja auch eher gedacht, dass man sich nachher mit den Kollegen betrachtet, weil sie mehr Punkte haben. Das kann nicht sein. Also probiere ich wieder. Genau, und das ist das, was wir eigentlich fast jeden Abend machen müssen. Denn es kann nur einen geben. Die Musik wird wiederholfen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020